Ein Computerspezialist, der lässt sich vielleicht bitten. Ich glaube, dem müssen Sie höchstpersönlich den Bauch pinseln. Schade, dass das Vierteilen politisch nicht mehr korrekt ist. Speziell im Falle jenes britischen Genies, der diese Software programmiert hat. Den würde ich gerne persönlich teeren, Federn, Rädern und anschließend kreuzigen. Und zwar genau in der Reihenfolge.